Ich bin die Ente und ich bringe die Instrumente. Sie hatten einen Wunsch frei. Einen Wunsch. Der Fischer und die Isabel wohnten in einer kleinen, in einer klitzekleinen, in einer finzigkleinen, mit dem bloß auch kaum zu erkennenden Bruchbude. Und so steckten der Fischer und die Isabel in einem großen Dilemma. Isabel wünscht sich ein Schloss.